REC Group bietet ein revolutionäres Solarmodul an. Es ist die REC Alpha-Serie. Auf der Grundlage von Heterojunction Solarzellen vereint die REC Alpha-Serie das Beste aus der N-Typ Mono- und der Dünnschichttechnologie und steht für branchenführende Effizienz, Leistung und Stabilität. Um ein derart hochleistungsfähiges Solarmodul herzustellen, verwendet REC die effizienteste kristalline Zelltechnologie. Die N-Typ Mono-Wafer befinden sich zwischen zwei Lagen aus amorphem Silizium, die als Passivierungsschicht dienen. Dadurch können mehr Elektronen und Löcher als jemals zuvor dem Energiefluss beitragen. Steigt die Zelltemperatur erzeugt REC Alpha bei gleicher Ausgangsleistung zudem deutlich mehr Energie als kristalline Standardmodule. Bei REC Alpha kommt die fortschrittliche Niedrigtemperaturverbindungstechnologie zum Einsatz. Eine innovative Technik für die Verbindung von Solarzellen. Auf die Zelle wird eine Folie mit extrem dünnen Drähten platziert. Diese sorgt für zusätzlichen Schutz gegen Außeneinflüsse und eine lötfreie Verbindung. So werden Schwachpunkte minimiert, die durch konventionelle Lötverfahren mit hohen Temperaturen entstehen. Unsere Technologie ermöglicht es, der Solarzelle mehr Kontaktpunkte hinzuzufügen, sodass Entfernungen für die Elektronen reduziert und die Leistung optimiert wird. Da die Drähte zudem deutlich dünner sind als die Busbars auf Standardmodulen, besticht die REC Alpha-Serie durch eine herausragende Leistung und ihr schickes Design. In der REC Alpha-Serie kommt das bahnbrechende und preisgekrönte Twin Design von REC zum Einsatz, bei dem das Modul in zwei identische Hälften geteilt wird. Der Strom wird bei Eintritt in das Modul gesplittet und Widerstandsverluste werden um das Vierfache verringert. Das führt zu einer höheren Leistungsabgabe. Ein weiterer Vorteil? Fällt auf ein REC Alpha-Modul Schatten, wird der Strom von einer Hälfte weiter erzeugt, selbst wenn die andere Hälfte verschattet ist. Für REC Alpha wird eine extrem stabile Rahmenkonstruktion verwendet, unter anderem zwei Querschienen auf der Rückseite. Ein innovativer Weg, die Haltbarkeit und Lebensdauer der REC Module zu verlängern. Dadurch kann es extremen Belastungen standhalten und ist deutlich stabiler als ein Standardmodul. Das sichert ein hohes Leistungsniveau der Module über den gesamten Lebenszyklus, der durch die branchenführende Garantie von REC bestätigt wird. Für Installationen auf räumlich begrenzten Flächen, wie beispielsweise bei privaten oder gewerblichen Anlagen, bieten REC Alpha-Module einen weiteren Vorteil. Die REC Alpha-Serie erzeugt durch ihre herausragende Performance mehr Leistung bei Verwendung derselben Anzahl an Modulen auf derselben Fläche. Durch all diese Vorteile überzeugt die REC Alpha-Serie. Das leistungsfähige und attraktive Solarmodul ist ideal für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen. Dank der branchenführenden Qualität von REC können Sie die Leistung Ihrer Anlage wirklich maximieren. Das ist die REC Alpha-Serie. Dein Untertitelung des ZDF, 2020